Good morning, good morning und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier auf meinem Kanal. Ich muss das Intro jetzt relativ schnell machen, weil, wie ihr sehen könnt, ich bin gerade on stream in einer Warzone-Runde und Sereda kämpft, oh mein Gott. Auf jeden Fall wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser Uncut-Runde. Fühlt euch gedrückt und ich würde sagen, let's go! Das Daddy nehme ich natürlich mit. Lol, da drin liegt auch noch Daddy. Wie oft findet man es denn? Aber spielt sie irgendwie nicht mehr so. Ne, spielt sie fast gar nicht. Ich gehe mal mit Daddy rein, glaube ich. Hier liegt eine Leiche. Hab ein Nock? Der hatte Safe einfach. What? Wir haben fast Cash für einen Drop. Suli? Yes. Okay, wir haben fast Cash für einen Drop. Noch ein bisschen. So, nicht viel nur Todesmüde. Warum Todesmüde? Wirst du feiern, oder was? Leicht. Easy. So, nice. Hier drin lag noch Geld. Oh, wir haben es gleich für einen Drop. Warte. Warte, für eine Drohne. Die hier drin lag noch was. Ja, können wir eine Drohne holen. Ja, ich habe Cluster. Nein, ich habe Rätsel. Ich mache die Drohne direkt an. Yes. Oh, hier rechts ist einer. Links sind aber so viele. Ja, komm, schlachten wir den einen schnell. Bleib steeeen. Er war allein. Liegt eine Muni-Kiste. Was? Superstar, ja, oder? Ja, superstar. Ja. Oder wollen wir hier die zwei... Oder lass die hier vor uns machen. Hast du noch eine Drohne? Nee, ne? Äh, nee, ich habe Cluster. Ja, die sind im anderen Haus. Ich scanne die nicht. Hä? Ah, hier drüben läuft eine Open Field. Okay. Nee, hier scanne ich keinen mehr. Komisch. So. 41 Meter. Oh, zwei Leute. Einen habe ich. Oh, mein Gott, ehrlich. Hab ihn. Nice fix. Ich dropp dir eine Scale, dann kannst du noch eine Drohne holen. Ah, das ist okay. Hier liegt auch alles, was du willst. Liegt noch richtig viel. Äh, ja. Ich kann dir nochmal Geld droppen, dann kannst du noch eine mitnehmen. Ja, das... Richtung Factory Superstore, oder? Ja, bei Superstores sind auch welche. Die kommen zu den Hangern. Ah, nein. Ab ein. Oh, nein. Lol, der war so allein, der arme. So, Cash mitgenommen. Wuhu. Lass für den einen hier keine Drohne anmachen, oder? Hm, ich scanne den doch rein. Ey, da vorne ist ein Truck. Kann ich deinen raus snipen. Oh, Shit Crack. Wuhu. Scream Skin. Ja, aber es ist so schwer, die Leute zu erwischen, wenn die auf dem Truck fahren. Fuck. Ey, hier wurde einer gekauft. Oh. Leute, das habe ich gar nicht gehört. Absolut Voice Crack gerade. Mach mal deine Drohne an. Können gleich noch eine kaufen. Bleib steh'n. Scheer Break. Sein Maid ist über uns. Ist er ganz oben? Ja, wahrscheinlich. Mach mal einen Brezi an. Ja, dann. Ja, der ist ein bisschen rübergegangen. Ja, der ist hier über mir irgendwo. Schön, schön. Kannst du mir dann Geld geben? Kann ich noch eine Drohne holen? Oh, hier vor uns ist ein Drop gelandet. Zwei. Oder wir bleiben hier oben. Vielleicht kommen welche von Superstore. Kann ich mir gut vorstellen. Vor uns direkt zwei Drops. Hast du das Trophy eingesetzt? Äh, nee. Lol, kam gerade. Ich hole schon eine Drohne. Perfekt. Keiner da. Wow. Okay, also hier. Links auch einer. Da, wo Autohaus ist. Feind hier Drohne über uns. Jetzt seht ihr uns, Wichser, nicht mehr. Lol, hier ist an, gut. Oh, vielleicht kriege ich noch schnell das Cash für eine Drohne. Oh, Legendary Chest. Armour Setschler hast du schon, oder? Oh nein. Äh, nee, noch nicht. Okay, liegen zwei Stück. Ich hole schon eine Drohne. Äh, Safe Shop wurde ein Drop gekauft. Hier ist einer. Direkt. Nein, von hinten. Oh, Suli von hinten. Der ist hier hinter der Mauer. Der finished. Nein. Ach, Mann. Mein Loot, verdammt. Der hatte Geist, der Bastard. Gewonnen. Ja, ich krieg meinen Loot noch. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Bring it up. Echt, der kommt. Ja. Habe ich noch? Ja. Habe ich noch? Du musst den finishen. Ich muss meine Waffen holen. Ey, der ist finished. Der war nur noch. Oh, Truck. Wir müssen eigentlich zum Truck. Nice. Nice. Hallo, Nelektwins. Hier ist einer. Das sind Deutsche, Digga. Das war so klar, Digga. Scheatbreak. Oh, von rechts. Wo ist der hin? 20,2 Meter im anderen. Sehr schön. Hol mal noch eine Drohne, bitte. Irgendeiner hat noch gesniped. Ja, ja, deswegen von da drüben. Oh mein Gott. Von wo? Warte, ich pläte mich kurz. Ich weiß nicht, ob der alleine war. Oh mein Gott. Der war nur noch, auf jeden Fall. Vielleicht hatte der Cell. Hier sind Platten, hier ist Plattenkiste, Muni-Kiste. Ja, wollen wir mit dem Truck fahren? Oh, die schießt mir jetzt schon. Hier vorne waren auch Gegner. Hier vorne waren auch Gegner. mitzuholen. Das ist so weird, wegen den kleinen Kopfkörern, die ich hab. Aber Timo war einfach so. Äh, hör ich irgendein... Ah, ich hab das Geld, lol. Hör ich mich selbst und nur so dumpf. Oh, hier unten. Oh, hier unten. Äh, oder da oben. Bei TV oder... Die können wir gut abfangen. Ja, die sind da oben drauf. Ich hab einen nur Schild-Track. Ich hab Angst, jemand von hinten kommt. Hinter uns ein Auto. Ja, okay, die fahren weiter. Oder? Die hier vorne am Truck genommen, glaube ich. Ja, die haben safe den Truck genommen. Aber warte, da ist keiner hinten drauf. Es waren doch zwei. Oh. Shiggy, 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 Shiggy. Der raucht schon. Lamason, wie geht's euch allen gut? Und ihr habt einen für den Zapf für dich gedrückt. Es explodiert. Jetzt haben sie hier ein Auto. Die sind nach links gefahren. Ja, ja. Fuck. Hier ist jemand abgesprungen. Der ist in Burger, in Burger. Easy. Bisschen Cash wäre noch nice. Boah, ich hoffe, hier ist keiner. Ja, hier ist eh schon gelootet, das große Haus. Wollen Schüsse irgendwo? Links wird einer gekauft in Military. Ich glaube, wir müssen auf den Berg bei Saltmine gehen. Können wir fahren, oder? Könnten wir machen. Warte mal, der Berg ist. Ja, hier. Hier ist er hoch. Wäre, glaube ich, am besten. Ja, Heli wäre gut. Wir müssen schauen, dass da kein C4 ist. Von wo? Oh mein Gott. Ich wurde von links besnipet. Von links. Ja, es ist um der Cam da drin. Wo? Im blauen Haus. Hier? Der Dreck vor dir beim Haus. Ich stand. Er sniped mich auch, Punisher. Nein. Er sniped mich, Won. Er sniped mich direkt. Ach fuck. Es war doch eine gute Runde. Ach mann. Ah, schade. Oh nein. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass ihr euch unterhalten habt. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Däumchen nach oben und über ein Abo freuen. Ich werde gerade angeschossen. Wie gesagt, ich bin gerade am Stream. Wie ihr die Video gedruckt habt, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal und tschödelö.